Eifofen ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Kitzingen und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Eifofen. Durch den Weinanbau wurde die Stadt auch überregional bekannt. Mit ihrem malerischen, vollständig erhaltenen mittelalterlichen und barocken Altstadtensemble bildet Eifofen gleichzeitig einen touristischen und historischen Anziehungspunkt. Die Einwohner Eifofens heißen Eiföfer. Ebenso wird das Adjektiv zum Stadtnamen gebildet beispielsweise in Eiföfer Stadtmauer oder den Bezeichnungen der Eiföfer Weinlagen. Geografie Eifofen liegt am Fuße des Schwanbergs eines der höchsten Berge des Steigerwalds. Zehn Kilometer nordwestlich von Eifofen verläuft der Main. Eifofen liegt in der Region Würzburg und gehört zur Helmetsheimer Bucht. Diese schiebt sich in tief in den Steigerwald hinein und öffnet sich westwärts zum Maintal. Das Stadtgebiet wird vom Wehrbach und dem Siechhausbach durchflossen, die beide westlich des Stadtkerns in den Seekersbach münden. Eifofen hat ein sternförmiges Stadtgebiet, das sich in die vier Himmelsrichtungen erstreckt. Es wird im Norden vom Schwanberg, im Osten vom Kaltberg und im Süden von der Bahnstrecke Nürnberg-Würzburg begrenzt. Eifofen gliedert sich seit der Eingemeindung ehemals selbstständiger Gemeinden im Zuge der Gebietsreform vom 1. Januar 1972 neben der Stadt Eifofen in sechs Stadtteile. Die Stadtteile bestehen insgesamt aus 22 Orten. Nachbargemeinden sind Kastell, Oberscheinfeld, Markbibart, Markteinersheim, Sugenheim, Willernsheim, Mainbernheim, Rödelsee und Wiesenbronn. Eifofen liegt am Rand der Maingau-Klimazone im vielleicht niederschlagsärmsten Teil unter Frankens und Bayerns. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt ungefähr 8 Grad Celsius. Geschichte Die erste urkundliche Erwähnung Eifofens stammt aus dem Jahre 741. In einem Schriftstück, das die Überreignung von 25 Kirchen von Karlmann an den Bischof von Würzburg dokumentierte, findet sich die Eiföfer Kirche Johannes der Täufer. 1293 erhielt Eifofen die Stadtrechte durch Manegold von Neuenburg, Bischof von Würzburg. In dieser Zeit entstand auch die noch erhaltene Stadtbefestigung. Um 1421 wurde das Gräbenviertel in die Stadtbefestigung einbezogen. Der Bau der Stadtpfarrkirche Sankt Veit wurde 1414 begonnen. Die Pest suchte Eifofen viermal 1524, 1582 zu 1586, 1611 und 1632 heim. Die Stadt war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fast vollständig evangelisch. Die rigorose Konfessionspolitik des Würzburger Fürstbischofs Julius Echter mit Androhung des Landesverweises führte 1586 durch zahlreiche erzwungene Konversionen jedoch einen Wendepunkt herbei. Ab diesen Zeitpunkt stieg der Anteil der Katholiken konstant an. Zudem waren bereits bei der Pest-Epidemie von 1582 bis 1586 viele betuchte und einflussreiche Protestanten gestorben. Um 1650 war Eifofen schließlich ein rein katholischer Ort. Bereits 1620 begannen für die Stadt durch den Einfall von Söldnern in die Eiföverflur die Plagen des Dreißigjährigen Krieges. Für die folgenden Jahre sind diese im Stadtarchiv in reichlich vorhandenen Urkunden und Ratsprotokollen belegt. Der Bau des barocken Rathauses wurde 1716 begonnen. 1803 ging die Gemeinde im Rahmen des Reichsdeputationshauptschlusses vom Hochstift Würzburg, das zum Fränkischen Reichskreis gehörte, an das Kurfürstentum Bayern über. Durch eine Replausepidemie ging der Weinbau 1905 nieder. Im Laufe des 20. Jahrhunderts fand ein wirtschaftlicher Wiederaufschwung statt, insbesondere 1932 durch die Gründung und das folgende Wachstum der Firma Knauf-Gips. Außerdem wurde die Pfropfrebe eingeführt. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt weitgehend von Zerstörungen verschont. Durch Initiative von Rupert Schneider und Karl-Heinz Spielmann war Eifofen zur Lazarettstadt erklärt worden. Am 27. Februar 1753 wurde der Pfarrer zu Possenheim Georg Friedrich Esper bei einem nächtlichen Überfall auf das Pfarrhaus getötet. Dieser brutale Einbruch und Mord war bereits zur Zeit des Geschehens ein spektakulärer Kriminalfall und weit über den Ort hinaus bekannt geworden. Eine bis zu 25 Personen starke Räuberbande, verkleidet mit falschen Bärten und bewaffnet mit Gewehren, Stämmeisen und Seilen, verschaffte sich in der Tatnacht gegen 22 Uhr gewaltsam Zugang in das Gebäude. Ein Teil der Bande überwältigte und fesselte die beiden Mägde in ihrer Kammer und hüllte sie in Bettdecken. Die jüngere der beiden wurde von den Tätern vergewaltigt. Weitere Räuber drängen im oberen Stockwerk in die Kammer der Familie des Pfarrers ein und fesselten ihn. Nachdem sie ihn mit brutaler Gewalt überwunden hatten, auch seine Frau und die Kinder wurden an Händen und Füßen gefesselt. Anschließend durchsuchten die Diebe das gesamte Mobiliar und trugen alles von Wert aus dem Haus. Kaum war das Diebesgut der Wert wurde auf 800 Golden geschätzt vom Hof getragen, schlossen die dreisten Räuber die Türen des Pfarrhauses wieder sorgfältig ab und flohen in die dunkle Nacht. Die Frau des Pfarrers konnte sich schließlich befreien. Mit lauten Schreien gelang es ihr, den Nachtwächter zu alarmieren. Die eintreffenden Helfer konnten allerdings nur noch den Tod des Pfarrers feststellen. Den eilig zusammengelaufenen Bürgern war die sofortige Verfolgung der Täter mangels erkennbarer Spuren nicht möglich. Trotz umfangreicher Untersuchungen verschiedener Behörden in der näheren und ferneren Umgebung, etlichen Hausdurchsuchungen und Verhaftung verdächtiger Personen konnte das Verbrechen nicht aufgeklärt werden. Am 1. Januar 1972 wurden die bisher selbstständigen Gemeinden Birkelingen, Dornheim, Helmetzheim, Mönchsontheim, Nenzenheim und Possenheim im Zuge der Gemeindegebietsreform eingemeindet. Bis zur Kreisreform, die am 1. Juli 1972 in Kraft trat, gehörte Eifofen zum Landkreis Scheinfeld und damit zum Mittelfranken. Politik Bürgermeister von Eifofen ist seit 1990 Josef Mint von den Freien Wählern. Bei der Kommunalwahl 2014 wurde er mit 95,5% der gültigen Stimmen im Amt bestätigt. Der Bürgermeister ist zusätzliches Mitglied des Gemeinderats. Der Stadtrat hat 16 Mitglieder. Davon sind seit der Gemeinderatswahl am 16. März 2014 neun von der Freien Wählergemeinschaft, fünf von der CSU und zwei von der SPD. Gegenüber der vorigen Wahl 2008 gewann die FWG einen Sitz hinzu. Die CSU verlor einen Sitz. Das Eiföfer Stadtwappen zeigt einen Hut und zwei fränkische Fahnen. Dabei bezeugen die beiden Fahnen die frühere Verbindung Eifofens zu Würzburg. Der Hut steht als Sinnbild für die bewährte Bürgerschaft. Eifofen unterhält keine Städtepartnerschaften, Kultur und Sehenswürdigkeiten. Museen Das Knaufmuseum mit Exponaten aus allen großen Kulturepochen und verschiedenen Wanderausstellungen. Das Kirchenburgmuseum im Stadtteil Mönchsontheim. Galerie MAAL 21 Galerie Wilhelm J. Heckner In Eifofen gibt es mehrere Gesangvereine und Blaskapellen. In der Grundschule befindet sich eine Zweigstation der Musikschule Kitzingen, Kirchenseinkt, Vitus, Kirche zum Heiligen Blut, Spitalkirche, Beinhausseinkt, Michael, Seinkt, Hauptartikel, Seinkt. Die Erwähnung einer Kirche des HL. Veit findet sich in den Quellen erstmals 1297. Älteste Teile der heutigen Kirche stammen aus der Zeit um 1360. Die Stadtpfarrkirche Seinkt, Seinkt, Michaels Kapelle dient als Beinhaus. Die Gebeine sind noch heute vorhanden und durch Glasfenster sichtbar. Kirche zum HL. Hauptartikel, HL. Am Ort einer Horstinschendung 1294 soll die Kapelle errichtet worden sein. Sie entwickelte sich zur Wallfahrtskirche. Wallfahrtskirche. Diese erhielt 1329 durch den Würzburger Bischof Wolfram eine eigene Pfarrstelle. Die ehemalige Wallfahrtskirche dient heute als Nebenkirche von Seinkt. Veit. Hauptartikel, Spitalkirche Seinkt. Die Spitalkirche Seinkt. Johann Baptist war ehemals eine katholische Kirche. Heute wird sie als evangelische Kirche genutzt. Stadtbefestigung vollständig erhaltene Stadtmauer mit den Stadttoren Rödelser-Tor, Main-Bernheimer-Tor, Einersheimer-Tor und dem seit 1596 zugemauerten Pest-Tor, mittelalterliche Stadtdürme Mittagsturm, Bürgerturm, Eulenturm und Henkersturm, Zehntkeller, Rödelser-Tor, Nordseite, Rödelser-Tor, Westseite, Rödelser-Tor, Südseite durch das Tor des Mittagsturms gesehen, Einersheimer-Tor, Ostseite, Einersheimer-Tor, Ostseite, Einersheimer-Tor, Westseite, Einersheimer-Tor, Innenseite, Mittagsturm, Main-Bernheimer-Tor, Ostseite, Einfahrt des Zähntkellers mit Wappen des Fürstbischofs Christoph Franz von Hutten, historische Stadt Bauten-Knauf-Museum, alte Schenkstatt, dann Rindamt, heute als Museum genutzt, Marktplatz mit Marienbrunnen und einem reizvollen Ensemble alter Fachwerkhäuser, Rathaus, Winothek, ursprünglich Meßnerhaus der Stadtpfarrkirche Seinkt, Veit. Heute Kultur- und Weinbau-Präsentationshaus der Stadt Umland nordöstlich von Helmetsheim befindet sich die als Naturdenkmal ausgewiesene Karstquelle grundlos, nördlich am Schwanberg das Geotop-Schichtstufen am Schwanberg. Auf einem strittigen Flurstreifen zwischen Eifofen und Rödelsee weidete einst ein Hirte seine Schafe und wurde vom Gericht als Schiedsprecher an das strittige Flurstück geladen. Um unter Eid auszusagen, die Bürger der Stadt Eifofen besteichen den Hirten, der den folgenden Meinert schwor. So war der Schöpfer über meinem Haupte ist und Eiföfer Erde unter meinen Füßen ist gehört diese Flur den Bürgern von Eifofen. Der Hirt trug beim Schwur eine Suppenschöpfkelle unter der Mütze und füllte sich vorher Eiföfer Erde in die Schuhe. Damit wurde der strittige Flurstreifen Eifofen zugesprochen. Der Hirte allerdings wurde nach diesem Mein Eid einen Kopf kürzer gemacht. Er war der Sage nach noch oft des Nachts spukend vor den Stadttoren Eifofens mit seinem Kopf unter dem Arm gesehen. Seinen Namen Hörte Hörte schaurig rufend. Ein steinernes Denkmal Hörte Hörte mit dem Kopf unter dem Arm in den Weinbergen von Eifofen erinnert an diese Begebenheit. Es ist Ausgangspunkt eines Wanderpfads hinauf zum Schloss Schwanberg. Diese Art des gedanklichen Vorbehalts beim Schwur in der Rechtswissenschaft auch als Reservation mentalis bezeichnet, findet sich mancherorts in historischen Erzählungen oder Sagen wieder. Eifofen verfügt über Sport, Fußball und Tennisplätze. In Eifofen selbst gibt es außerdem ein Hallenbad im benachbarten Markt einer Seim ein Freibad. Vereine sind Z. B. der 1. FC Eifofen, der TSV Eifofen, der Wanderverein Eifofen und die Winzerdanzgruppe. Die Schützen der KGL-Brief Schützengesellschaft 1420 pflegen die Traditionen und sind im Besitz modernster Schießanlagen. In den 90er Jahren wurde die Sport- und Veranstaltungshalle Karl-Knauf-Halle gebaut. Besonders die Eifofa-Stüchtbälle in der Fastnacht. Die verschiedenen Märkte und die fränkische Feinschmeckermesse locken regelmäßig Besucher nach Eifofen. Wirtschaft und Infrastruktur Eifofen liegt direkt an der Bundesstraße 8 und hat über Kitzingen-Bibelried eine gute Anbindung zum Bibelrieder Kreuz und damit an die Autobahnen A3 und A7. Ein Kilometer südlich des Stadtzentrums liegt der Bahnhof an der Bahnstrecke Nürnberg-Würzburg. Dieser ist seit dem Dezember 2006 in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg integriert. Den Charakter als Weinstadt bestimmen mehr als 20 Winzer. Einer der überregional bekanntesten ist der Winzer Johann Ruck. Er belieferte jüngst Papst Benedikt. Die Ruckschen Handelsbeziehungen reichen bis nach Japan. Auch das Würzburger Julius-Spital besitzt in Eifofen größere Flächen. Die Eiföferweine wachsen auf mineralstoffreichen Kölperböden an meist nach Süden ausgerichteten steilen Abhängen des Steigerwaldes. Die Lagen erster Qualität sind Eiföfer Julius Echterberg und Eiföfer Kalb. Weitere Lagen sind Eiföfer Kronsberg, Eiföfer Dumherr und Eiföfer Burgweg. Neben dem Weinbau ist die Gips- bzw. Baustofffirma Knauf Gips KG der bestimmende Wirtschaftsfaktor. Über die Gewerbesteuer hinausgehend unterstützt sie mit Zuschüssen Vereine und gemeinschaftliche Einrichtungen. Die Knauf-Halle, das Knauf-Museum, der Erhalt des mittelalterlichen Stadtkerns, das Hallenbad, das Gebäude für die Winzer. All dies wäre ohne die Gewerbesteuer. Die Zuschüsse des Unternehmens und die Einkommen der Knauf-Beschäftigten für eine Gemeinde mit weniger als 5000 Einwohnern nicht finanzierbar. Die geschäftsführenden Gesellschafter Nikolaus und Baldwin Knauf engagieren sich auch politisch in der Gemeinde und in der Region. Des Weiteren gibt es mehrere große Einkaufszentren und viele mittelständische Betriebe. Eifofen verfügt über die normalen Organe einer Verwaltungsgemeinschaft. Die Behörden sind im Gebäude der alten Schule untergebracht. Das Bürgermeisteramt befindet sich Rathaus. In Eifofen befinden sich die Dr. Karl-Heinz Spielmann Volksschule, Grund- und Mittelschule und ein Bildungszentrum der Bundesagentur für Arbeit. Persönlichkeiten Veit Wendt, Zisterzienser Abt von Ibrach Leonhard Krenzheim, Evangelischer Theologe Johann Papius, Logiker und Mediziner Georg Ludwig Frobenius, Mathematiker und Buchhändler Leonhard Knezimer, Benediktiner Abt von Aura und Münster-Schwarzach Johannes Krellius, Franz Brusch, Politiker und Verbandsfunktionär von Aura und Münster-Schwarzach